Check this out! Servus Leute nur ein kurzer Hinweis, da heute mein Geburtstag ist hau ich drei Videos heute raus. Eins um 15 Uhr, eins um 15.30 Uhr und dann noch um 16 Uhr eine dreistündige Folge Sisters of the Forest Old so check den Kanal ab. Puh! Danke! Die trifft ja auch nicht mehr, weil die verschlechtert. Gehen muss ja hoch. Die trifft ja auch nicht mehr. Das war's für immer. ich habe nur noch fünf schuss für eine schrot mehr nicht sie break jawohl genau reingelaufen war die einzige war für dich in dem haus gefunden hat die lag da unten regel spiel ich nicht bei war soll eigentlich gar nicht nicht nur bei black ops 2 das tut gut immer wieder ein sieg auf river zu holen ein heißen wort nicht doch nicht weit weil es aber weit gewesen ich gehe rein und fliegt dass die sind zu zweit oder die müssen raus wo sind die einer biet direkt im dritten Attacke oder um kann auch noch das ist ich habe auch immer besser aber die man sich als gar nicht direkt links über die Kommission du sieben wie hoch das ist jetzt so richtiges Massaker oder ist die wir haben gewonnen du bist der beste das war erst so wenn du sagst unfassbar geiles aiden schönes Ding da oben auf dem Dach der der zwei Köpfen so weit vorgesteckt der hat alles gut so weit nach vorne gestreckt aber nach oben habe ich mir gedacht ich nehme lieber hinten die Leiter weil dann geht um Gas hoch dann sieht er mich nicht direkt mhm okay geile ich bin der Plünderer vier abschüsse ja mit mit acht kann ich auch von Leben hey wisst ihr was mir by the way heute eingefallen ist äh ich das jetzt wieder Wrestlemania ist es jetzt ein Jahr dass ich dabei bin das letzte Jahr Wrestlemania Wochenende war mein Probearbeiten das stimmt erst ein Jahr was kommt ihm schon viel länger vor hier kommt das schon ein Jahr und dann backe den Vogel ey ja und ich Zeit für die Kündigung ja 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 hier 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 die kommen ja alle rein gerutscht und rein geschwitzt ey das ist Call of Duty Jungs und kein Sauna Club schaltet mal gleich runter Ey, ich kriege schon wieder ein absolutes Aggressionsproblem gerade. Das ist kein Zeug, das klappt, das ist D&D. Ach du bist einfach mal, ich hab nie gesehen, dass du bei dir schickst. Jetzt komm ich rein, jetzt box ich dem einfach in die Fresse. Ich hab die Schnauze voll. Ruhe jetzt hier. Mein Gott. Da kommt der Einzel. Jetzt ist da doch ne Einzelschutzwaffe. Also Digga, das, was ich jetzt geschafft hab, musst du auch jetzt mal schaffen. Ich hab da oben gerade fast drin gesteckt, hier zwischen dem Schrank und dieser Lampe, die da runter hängt. Ich bin da fast gestecken geblieben. Wie dat denn? Ich stand da gerade oben zwischen, aber ich kam da nicht mehr weg. Jetzt. Katze. Ich darf mich nicht drehen. Ja, aber ich konnte auch, ich kam gerade auch erst mit Tränen und vor und zurück kam ich nicht weg. Ich denke, ich war wirklich für den Moment, weil ich stucke. Und Step Pro, I'm stuck. Einen Gedanken hatte ich auch gerade. Gut, wir können gleich direkt wieder aufs andere Haus. Ja, ich kann auch durch den Band schießen. Ich hab das Gefühl, ich muss das erst einmal ansprechen am Anfang der Runde, damit das funktioniert. Wie? Ich hab drei Kills. Ich hab viele Wege in der Runde. Aber man muss ja auch zugeben, wir hatten es ein bisschen einfach jetzt die Runde, weil halt die Endzone jetzt auch direkt bei Kontrolle war. Wir brauchen nicht viel laufen. Wie? Wann geht's die? 4. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. ich bin gerade immer noch am überlegen ob ich jetzt 1800 ausgibt nur für diese scheiß waffe nein macht das nicht das ist ein scheiß kochst das ist schon ein pack so etwas passt ja das komplette pack bei mir passt wirst du sowieso nie finden also abgesehen von dem ghost pack damals wobei ich sagen muss da war überwiegend der operator okay aber waren die waffen schmutz die beschreibung von einem operator ist aber irgendwie lustig warum die haben dabei geschrieben warte in kochschulen hat dieser operator hunderte von möglichkeiten gelernt den feind zu filetilen nutze diese ausbildung gut vollstrecker stich und weg komm scheiß drauf irgendwo müssen die punkte hin also machte du machst jetzt aus den gegnern gehackt ist ich werde jetzt ordentlich die suppe versalzen ja ihr müsst jetzt just for fun muss ich nicht am nächsten mal spielen ne irgendwie ein zwei runden das war wo ich wirklich aussieht das war wo ich wirklich aussieht und die gewünsche raus es ist kochunterricht es ist kochunterricht ich steckte in meinen kochlöffel so tief in das arschloch rein hör mal die schmecken die suppe bis oben hin scheiße einer noch ich komme also man sich glaube wir müssen deine kochlöffel noch ein bisschen verstärken ich komme nicht raus eben mal wieso geht die tür nicht aus es ist zu trof um durch die tür durchzulaufen alter 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 ganz einfach erzählen also schande über dein haupt schande über dein haupt du hast im kochunterricht wieder an dich aufgepasst es kann nicht sein gerne noch ne weitere unterrichtsstunde bitte es gibt ein zahnel ist keine gute nudel ist die runde nicht altente hihihi sie nimmt sie ja nicht zu frühes ende sie nimmt sie hihihi ich glaub die gegner haben grad unsere suppe versalzt nicht wirklich von den gegnern aber das ist dankbar Oluveran wenn jason nicht durch die tür durchkommt und die ihm das salz zum superversalzen aus rosentaschen rausziehen können in aller seelen ruhe dass wir die kennt haben die arschlöchter ja jetzt die wiederstellt die haben einfach ihre soße bewacht dass du nicht wir brauchen wir brauchen keine theorie wir machen nur praxisunterricht achto männer eine feindliche möse nähert sich unserem kochtopf ich schimmel halt seit drei minuten oder wird einfach auf diesem schrank und die haben nicht gefunden ja einer ist hier eingeladen habe ich nicht gesehen wie unfassbar der vierte hat mich jetzt gesehen aber der wird jetzt gerade geholt ja ich musste weg weil ich überall schade das wäre jetzt episch gewesen jetzt konzentrieren bitte den kochlöffel immer in die richtige richtung kreisen lassen das ist wenn ich den kochlöffel aussehen in die falsche richtung drehe dann haben wir ein problem inwiefern ein problem dann geht das ganze hier ganz schnell in die falsche richtung dem habe ich schon mal die suppe versalzen dem habe ich auch die suppe versalzen ich musste ich wusste mein gewürz nachladen so kann ich nicht arbeiten ich musste mein gewürz nach ich musste mein gewürz nach hey der koch hat seine ram 7 dabei jawoll ach der koch der koch spielt auch verarbeitet auf den kugeln hat den salzenstreuer dabei ja inzwischen tue ich mal jeder als vorspeise einen kleinen kugelsalat haupt speise kugel fisch nach speise marzipan kugel doch jetzt habe ich wieder so eine kack einzel schutzwaffe hier in der hand leck mich doch das ist eben wenn du die falsche richtung rührst so sieht es aus der schüler hat aufgepasst er hat es verstanden so genug vorführungsunterricht jetzt mache ich ernst jetzt will ich sehen wie es aus wie ich bin bevor er gestorben ist fuck ich bin aufgeflogen ich lag so schön in dem gras ja geh tunnel rein ich erinnere mich zwei knock vorm tunnel ich glaube der eine ist schon obsker ich hab beide gefunden ein feini und ich hab die rennen hinter mir wo da da und ich wurde instant aus der luft gesnipet ey dieser scheiß pisser da oben auf prison er geht mir auf die eier echt den stecke ich den schneebesen in den arsch mann die ganze zeit da warum ist der noch dran doch mal jetzt jetzt hab ich den dann noch alter jetzt werde ich wieder gesnipet vom prison jetzt halt doch mal deine fresse da oben junge ich schwöre mein gott ich lande jetzt bei dem und haut der mir in die schnauze rein jetzt reicht's mir ich hab keine freunde ich schwöre die ganze zeit nein scheiße hier unten war noch einer der hat einen wieder geholt der hat auch noch einen pizzakarton nein nein ja die sind beide oben ganz vergessen ja ja aber ist finaler kreis er muss ja nur überleben ja noch ja noch jemand findet werden jetzt gewohnt ich hätte ich siehste so schön so schön so schön ich hab nichts gefunden ja aber du hattest ne lange gasmaske ne die war auch nicht ich hab dann schon längst ja jetzt am ende aber trotzdem dann hat die zeit verschafft die war schon durch das gas gelaufen bist die hat schon die war schon die ganze zeit kaputt bitte guckt euch nicht meine kürze an so kochstunde beendet operatio zufen Kaspar erfolgreich abgeschlossen soll ich jetzt nicht ab wir ziehen uns zurück ins mcdonalds hauptquartier alter hi julia typisch kommando sanitäter koch und ein blinderer hund alter jester 23 abschüsse was ist mit dir los Dinger ich hab halt am liebsten einfach meine eigenen vier wände meine konsole mein fernseher alles ach mein gott jetzt ey wieso hab ich denn immer so ne scheiß Einzelschusswaffe und wie los ist denn dieser gegner hat er sich geschafft hat mich zu killen mein gott warst du wieder in die falsche richtung gerührt ach jetzt kommt von hinten wieder einer ja ich rühre nicht mehr ich bin jetzt wieder ghost ja daddy is back er läuft durch mich durch springt über mich drüber ich hab keine ahnung was passiert ist ja er wahrscheinlich auch nicht das ist wieder so ein Drecksvorte die schluchtel gute Nacht das ist ja im rumgehen denn wie keine Ahnung was sind sie für die Akzeptanz schlafen zu gehen auch so schnell haben wir auch aus Rastwater auf. Er ist wie der Schild Crack, man. Ich rast gleich wieder komplett aus. Dann mach ich gleich Kasala, Alter. Und zwar von oben bis unten. Ist das safe? Scheint so. Fenster, Fenster, Fenster. Dann nicht nur Fenster. Tür raus. Der ist zu Tür raus. Der ist hinten zu Tür raus. Jetzt wieder rein zu Tür. Jetzt wieder da. Aber hier hab ich noch nicht gesehen. Jetzt hat er mich tot. Von hinten kostet es Hundesteuer. Ja jetzt kommt Mörserschlag. Ja natürlich campen sie da oben. Natürlich. Man kann ja in diesem Spiel auch nichts anderes machen als ein verschissener Loadout zu campen. Hab ich ja ganz vergessen. Entschuldigung. Ich konnte nur erst irgendetwas anderes erwarten von diesem Spiel an. In diesem Spiel. Hinter mir ist einer. Nein, ich hab gedacht, du wärst auch hinter mir. Sollst du noch Pizzakatzung oder nicht? Danke. Ich land' oben auf. Ich land' oben auf, Herr Klosser. Nein, kann ich doch nicht. Nein! Fuck, Alter. Ich hätt' doch erst nachlaufen sollen. Ist der jetzt an den Breves-Ziops gegangen? Oh mein Gott, was hat der für ein Pech, der du? Achten, unten ist auch noch. Da, ich hab ihn mal. Da unten sind zwei. Ja, ich hab nur grad keine. Einer ist in Sohn. 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 Einer ist in Oh, der Typ hat jetzt sogar noch Pizzakarton. Ja, wahrscheinlich nur kein Mate mehr. Das kann auch sein. So was ist doch natürlich bitter. Aber das war irgendwie so witzig, dass die ganzen Waffen und sowas noch bei Karton lagen. Ich müsste einmal in die Lobby, weil ich habe nämlich auch bei der WM7 das 60. Kapazien freigeschaltet. Überlebenskünstler, ja, das stimmt. Helfer, ich gebe dir gleich Helfer, Junge. Aber irgendwie stimmt das auch, du hast mir echt sehr so oft geholfen. Ich bin von rechts angeguckt, ich bin von rechts jetzt. Ach, Digger, und dann finischt mich. Oh, ich glaube, ich... Ne, ich hatte keinen Pizzakarton mehr. Scheiße. Ja, Mann, jetzt kommt noch ein Prezi. Ich hatte auch noch ein Prezi. Ja, aber ich habe noch einen Pizzakarton. Hast du überlebt? Heilige Kacke, war das knapp. Ja, jetzt nicht mehr. Sohne, oder? Ja, Mann. Was soll ich jetzt machen? Zwei Gegner noch. Und beide sind hier unter mir. Noch. Nein! Ach, der kam auch oben, der war oben auf dem Dach. Der war mies. Der war mies. Der hat immer zwei Hits. Und in dem, wo ich ihn wieder anbisieren will, geht er übers Geländer und verpasst wie ins denn das Wurfmesser. Ja, haha. Unlock! Unlock! Scheiße, Mann! Na, Shipwreck auf dem Dach! Ich habe keinen Staffdress mehr. Es ist noch einer auf dem Dach. Der kommt jetzt runter gesprungen. Einer gammelt immer noch auf dem Dach, alter. Jetzt kommt er runter. Rechts unten. Nice. Einzigen eins. Ich habe noch einen Pizzakarton, aber ich glaube, der liegt oben auf dem Dach. Das war jetzt auch mal wieder nötig, ey, nach dem Grund, wo wir gerade die ganze Zeit noch auf die Fresse hinkriegt haben, so anfangen. Ich habe mir gerade einfach nur gedacht, scheiß drauf, du gehst jetzt noch kurz hoch aufs Dach. Mhm. Egal, wir sind aber auch richtig gut gespielt. Beide mit dem M7 in der Hand. Aber meine Zahnung sieht aber auch geil aus. Komplett Matros. Ich finde sie langweilig. Aber geil sieht sie schon aus. So, ich bin jetzt gespannt. Ich bin Kommando okay. Ich bin wieder Helfer. Wann. Alles Gute, komm von oben. Kämmt der da immer noch gerund? Ja. Und jetzt ist er in die Mine rein. Trupp ausgelöscht. Haha, genau eine Finisher reingelaufen. guck die guste lösung.